Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit einer Marke vom Beauty Press Event, die ich auch schon kannte. Da habe ich sogar schon ein Video zu gedreht, das verlinke ich euch hier in der Infobox. Ja, es geht um Skinizer von Ocean Farmer und was hier alles in der vollgepackten Goodie Bag ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Am Stand von Skinizer habe ich mich auch beraten lassen und mir wurde gesagt, dass ich bei einer fettigen T-Zone erstmal den Repair Cleanser benutzen soll. Das ist quasi eine tägliche Reinigung, die ganz sanft zur Haut ist, aber trotzdem sehr gut den Schmutz und dieses extra Sebum auch entfernt. Und ja, da fettige Haut nicht so eine reichhaltige Pflege braucht, haben sie mir dann das Repair Serum mitgegeben. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen leichter und lässt sich sehr, sehr gut verteilen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Und ja, zusammen soll das eben ein Traum-Duo für fettige Haut dann sein, dass man dann eben gegen diese glänzenden Stellen dann ankämpft. Solltet ihr trockene Haut haben, könnt ihr auf jeden Fall auch den Repair Cleanser verwenden. Das ist natürlich einfach so ein Allround-Produkt. Und ja, statt dem Serum ist aber die Repair Creme hier besser. Denn, ja, ein bisschen reichhaltigere Pflege braucht man, wenn man trockene Haut hat. Und wenn die Stellen dann so schuppig sind und jucken, dann ist das auf jeden Fall viel, viel besser. Also, für trockene Haut, die beiden hier. Ganz neu mit dabei war der Skinnicer Aftershave Repair Balm. Ja, ich habe sehr empfindliche Haut und wenn ich mir die Beine rasiere, dann habe ich danach manchmal so ein bisschen Rasurbrand, so juckende Stellen. Und genau dafür soll dieser Balm sein. Den trägt man dann auf und der schützt diese irritierte Haut und lindert auf den Juckreiz. Finde ich sehr, sehr toll. Ja, und natürlich auch, wenn Männer sich beim Rasieren dann geschnitten haben oder wenn sie auch diesen Rasurbrand haben, dafür soll es eben auch gut sein. Deswegen also ein tolles Produkt für Frau und Mann und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Auch noch mit dabei ist ein Shampoo. Das sedative Shampoo. Natürlich auch mit dem Mikroalgen Wirkstoff Spiralin und das soll für irritierte und juckende Kopfhaut gemacht sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe oft mit trockener Kopfhaut zu tun, die dann auch juckt. Deswegen kommt das eigentlich genau zur richtigen Zeit jetzt bei der Heizungsluft, wenn die eben meine Kopfhaut austrocknet. Ja, und deswegen perfekt für die Zeit, für die Jahreszeit und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Skinizer hat jetzt was ganz Neues, Dekoratives dabei und da spitzen sich meine Öhrchen. Und zwar sind das die Ocean Kiss Lippenpflegestifte mit Farbe. Und ich bin total begeistert. Es gibt vier Farben. Einmal so ein Rosaton, dann ein Nudeton und ich durfte mir die beiden Rottöne mitnehmen, weil, ist ja klar, ich liebe Rot auf den Lippen. Und ich finde das einfach eine schöne Sache. So im Alltag kann man die sehr, sehr gut tragen, weil die jetzt nicht so extrem pigmentiert sind. Ich würde zum Beispiel nie im Alltag mit so einem knalligen Lippenstift rumrennen. Das ist mir dann auch irgendwie zu nervig, jede Minute zu checken, ob der noch sitzt. Deswegen finde ich das einfach eine gute Alternative. Und ja, natürlich wie auch in allen anderen Produkten, ist auch hier Spiralin mit dabei. Und ja, ich finde das einfach eine super Sache. Und werde auf jeden Fall euch alle vier Lippenpflegestifte auf meinem Blog noch vorstellen. Und ja, wenn der Artikel dann online gegangen ist, werde ich den hier unten noch verlinken. So ihr Lieben, das war also die Goodie Bag von Skinnyzer mit vielen, vielen Produktneuheiten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Däumchen nach oben. Ich freue mich sehr, sehr drüber. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.